Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge Monkey Island 2 LeChucks Revenge. Wir haben eine Einladung zur Party. Und da haben wir eine Orgel und eine Banana. Und ja, da ist die Bücherei, da könnten wir mal reingehen. Und ich weiß was hier ist, da ist ein Leuchtturm, den können wir öffnen. Den öffnen wir mal. Da ist ein Modell-Lighthouse-Lens drin. Das ist ein Leuchtturm. So. Guten Tag. Entschuldigung. Das ist ein Leuchtturm. Hesperr! Du schreist auch rum. Was ist es? Ich suche ein Buch. I'm looking for a book. Do you have a library card? Nein. Nope. Well, would you like one? Ja. Yes. What do I have to do? I'll need some personal information. Name? Hermann Toothrott. Hermann Toothrott. Address? 10 Downing Street. 10 Downing Street. Age? 9, äh, 21. 21. Occupation? Arbeitslos. Unemployed. Vices? Rauben und Brandschatzen. Fingernägelkauen. Jaywalking. I see. All right. Your library card will be mailed to the address you gave me. In the meantime, take this temporary card. You may check books out of the library, but only four at a time. That's about as many titles as I can remember anyhow. What book are you looking for? I don't know. What have you got? You expect me to name every book in the library? Use the card catalog like a normal person. Okay, dann gehen wir eben wieder. Ich weiß aber nicht, welches Buch wir bräuchten, also gehen wir. Dann der Gasse waren wir. Dann hätten wir noch das Pier mit nem Fischer. Tag auch. Ich bin Guybrush Frühwund, ein mächtiger Angler. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Angler. Oh, du bist, oder? Ich bin der beste Angler in der Gegend. Oh, ich begle, dich mit dir differenzieren. Ich bin der beste Angler in diesen Angler. Du, du kannst auch keinen Fisch in deinem Aquarium fangen. Warum, du kannst nicht deinen Weg aus einem Papier-Bag fangen. Was? Der Pike, den ich fangen, macht Pikes Peak wie ein Anthill. Das ist, warum ich mich als der Blowfish bin. Ja, klar. Du meinst wohl Karpfen-Kellner. Du meinst, der Blowhard. Nicht, wenn deine Haken so stumpf wie deine Witze sind. Nicht, wenn deine Haken so stark wie deine Witze sind. Vielleicht möchtest du einen kleinen Wager, eh, Herr Fischermann? Sicher, ich nehme die Wette an. Sicher, ich nehme deine Wette. Let me tell you what I had in mind first. If you can catch a bigger fish than I can, I'll give you my prize-winning fishing pole. Klingt fair. Sounds fair. If I catch a bigger fish than you, you have to eat it. Raw. Raw. Raw? Plain, cold and with the head still on it. What do you say? Klar. Alright, it's a bet. Great. I am really looking forward to making you eat my catch. Well, with all the sewage from Governor Fats' mansion, the fish are usually pretty gross. I never eat mine. Just sell them the restaurants. Best get fishing buddy. Hehehehe. Du Sacknase. Da hinten ist ein Weg. Wo geht das hin? Na komm, lauf schneller. Hehehehe. Hehehehe. Entschuldige mich. Bist du Guybrush Threepwood? Nein, mein Name ist Kate Capsaise. Du musst mich mit jemand anderem verworfen haben. Kate, eh? Das ist ein ungewöhnlicher Name. Vielleicht hast du ein bisschen Identifikation. Meine Idee ist auf meinem Schiff. Warte hier, während ich es gehe und bekomme. Nice try, Guybrush. Ich weiß nicht, wie du aus dem Jail kam. Aber ich nehme dich zurück. Der Typ hat echt Probleme mit den Augen. Hier ist ein Wasserfall. Da ist ein Häuschen, da kommen wir aber nicht hin. Da könnten wir zwar hoch, aber da müssen wir noch nicht hin. Dann hätten wir hier das Haus von dem Dicken. Also ich nenne ihn Dick, weil er wirklich extrem dick ist. Hey, wache, Tag auch. Hey, solltest du nicht in den Jail sein? Ich habe Urlaub wegen guter Führung. Ich habe Zeit für gute Verhandlungen. Oh. Könnte ich wohl rauf? Ich bin sorry, aber der Herr hat nicht geflüchtet, während er zu essen. Wann wird der Herr hat zu essen, zu essen? Ja, genau. Da ist ein Feuer in der Küche. Ich glaube, da ist ein Feuer in der Küche. Wirklich? Ich würde es besser schauen. Schaue es aus. Schaue es aus. Du bist echt dämlich. Und du siehst nichts. Okay, da haben wir jetzt Zeit, nach oben zu gehen. Und mal gucken. Berühmte Piratenzitate. Die Cover sagt, famous Piratenzitate. Dann tauschen wir doch mal die Bücher. Ich glaube, ich hätte vielleicht aus der Bücherei irgendeins holen sollen und es da hinlegen. Nicht unbedingt das mitnehmen. Gut, glücklicherweise weiß ich ja, wie der Typ heißt. Nämlich dieser Rapscallion. Den hatten wir jetzt auch gerade nochmal in den berühmten Zitaten. Und er ist ja tot. Das wissen wir ja schon. Er wurde ja... Ja, nee. Er ist nicht mehr ganz so ganz. Er ist ja bei einem Feuer umgekommen. Das stand ja in dem Buch, das wir gerade hingelegt haben. Deswegen müssen wir dann irgendwo auf einem Friedhof gucken. Und der einzige Friedhof ist ja auf der anderen Insel. Und wir schauen jetzt mal, ob wir Kate aus dem Knast befreien können. Weil die hat er da eigentlich gar nicht reingehört. Und es ist echt gemein, was wir gemacht haben. Aber hey, es gibt keine andere Möglichkeit, aus dem Knast rauszukommen. Und dass wir wieder eingesperrt werden. Hey, da ist noch ein vanillefarbener Umschlag. Böse! Hey, da ist ein Neergrog in hier. Das ist meine? Sie können mich nicht locken. Wer ist dieser Peepwind-Charakter denn? Nice, nice. Wer ist dieser Peepwind-Charakter denn? So, ich hol sie mal raus. Hey! Oh, oh. Ich kann es erklären, ich... Danke, dass ich mich rauslassen soll. Du musst mich entschuldigen, wenn ich nicht rumstehe. Ich muss herausfinden, wer mich hat. Hä, 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 hä. Dann renn mal schnell. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Ich gehe einfach wieder... Äh, du hast mich schon gesehen, aber du hast mich nicht erkannt. Das ist gut. Ich möchte jemanden gehen. Wir gehen nach Booty. Und hier in Booty haben wir ein Kostüm. Äh, nein, haben wir kein Kostüm, aber wir haben eine Einladung. Und mit dieser Einladung gehen wir zu Marlies Haus. Ja, sie erwähnten gerade eine Party. Du hast eine Party vorhin erwähnt. Hast du ein Kostüm und eine Einladung gebracht? Ich habe meine Einladung gleich hier. Das ist mein Kostüm. Das ist mein Kostüm. Niemand würde williglich so ein komisch Kostüm tragen. Ich habe keinen Zettel. Sonst könnte ich dem da einfach eins geben, aber ich habe nichts. Einladung. Oder kann ich dem die geben? Und er sagt dann, hey, ich habe eins. Ah, du hast ein Kostüm auf der Reserve. Ja, cool. Das ist eine andere Geschichte. Mal sehen, dein Kostüm ist genau hier. Hier. Geh hier, bitte. Oh Gott. Well, hier ist es. Du bist sicherlich die Kostüm der Party in diesem. Aha, das glaube ich auch. Well, have fun and enjoy your Kostüm. Ja. Pupu a Tentacle. Das Kleid nehmen wir mal mit. Oh Gott, das wird peinlich. Kreuzfahrten, drei Stunden Trips, Kreuzfahrten, 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 drei Stunden Trips. Wer möchte eine Kreuzfahrt oder einen drei Stunden Trip kaufen? Mit drei Stunden Trip kommt man nicht weh, aber man kommt ein bisschen aufs Wetter raus. Und ja, wir haben unser Kostüm gleich dabei. Na, Freude, ich möchte auf die Party. Habt ihr schon eine Party erwähnt? Habt ihr ein Kostüm? Ich habe mein Kostüm hier. Besser es auf. Na, mach ich. Aber du musst versuchen, dich zu retten. Nein, nein, nicht hier. Geh in die Böse oder so. Oh, das ist schön. Und die Kostüge sind ein schönes Touch. Okay, ich glaube, du kannst durchlaufen. Hab Spaß. Ich dachte, irgendjemand sagt immer so ein bisschen, ne, hab Spaß, Süße. Oder Süße. Aber wir doch mit Kleid drum rennen. Aber anscheinend keiner. Hey Hundi. Awww, was für ein süßes Lied. Du wärst besser nicht auf den Kostüm. Das scheint nicht zu funktionieren. Hey Gärtner. Lass mich allein. Ich bin beschäftigt. Wir gehen erst mal um außen rum. Ne, Schachtel. Jetzt ist es empty. Okay. Wir machen mal die Tür auf. Und gucken mal rein. Hey, Gärtner-Staff only. Sorry. Der hat Fische. Und wir brauchen einen Fisch. Und wir müssen den hier irgendwie rauskriegen. Und das geht damit dadurch, wenn wir ein bisschen gegen die Mülltunnel krachen. Hey, was ist all der Racket? Komm ruhig. Komm ruhig. Who do you think you are? Who do you think you are? Hey, come back here. I'm not done yet. Nach rechts. Wir müssen schneller sein als er. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Schnell. Beweg dich. Hinten rum. Hinten rum. Hinten rum. Schnell da rein. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Wir haben nicht allzu lang Zeit. Wir nehmen einen Fisch. Und dann gehen wir wieder. Oh. Da bist du. Anyway. Wie ich gesagt habe. Nicht gut, Punk. Wenn es nicht Raccoons sind, sind es Teenage-Vandals. Geh bloß weg von mir. Geh bloß weg von mir. Öffne die Tür. Und rein da. So. Wir haben es geschafft. Partygäste. Angucken. Ich werde 20.000 Euro verdienen. Ich werde 20.000 Euro verdienen. Das ist ein dummer Kostüm. Nein, schau. Ich habe mir vergessen, dass ich meine Karte in die Karte pute. Guck mal. Guck mal. Das ist die Karte. Es sieht aus wie ein Teil der Karte für Big Whoop. Danke. Oh, genau. Ich habe das erste Karte. Peace. So, wo sind all die Karte? Ja, ich dachte, es wäre etwas hier. Was ist das, Junge? Schau etwas? Schau etwas? Was ist das, Guybrush? Wir spielen doch nur nicht. Nichts, dass ein großes Hugga nicht kürzt. Ich war mit dem Hund. Wer bist du? Sie hat ihren Hund, Guybrush, genannt? Sie nannte ihr Hund, Guybrush? Ja, ich verstehe es nicht. Es ist nicht so gut, wenn ich mich fragen. Sie sagen, es ist weil er dumm und hilflich und immer in der Lage ist. Sie kann auch die Gäufer nicht ausfüllen. Vielleicht sollten Sie sich in den Händen ausfüllen. Ich kann mich nicht in den Händen ausfüllen. Ich kann mich nicht in den Händen ausfüllen. Baaah! Oh, ich habe das Rink. Ich habe einen von deinem Party-Guesten gemacht, mit deinem Grandfathers-Map. Ein anderer würde-be-Treasure-Hunter, eh? Bring ihn in. In hier, Guybrush. Guybrush? Guybrush Threeprott? Der eine und nur Sugar-Bear. Of all the parties and all the houses on all the islands of the Caribbean, he had to crash mine. It's destiny, Honeycakes. Don't talk to me. Snugglepuss. Get lost. Punky-Doodle. I'm warning you. Pooper-Duper. Maybe I should go rake the back 40. Oh ja, Kimolibaros. Together again. Boy, we haven't been like this since, well... Since I quit my job and moved away without leaving a forwarding address? Was that what happened? Gee, I thought... Guybrush, can't you take a hint? We were a mistake. I thought we had an agreement. Ich weiß es nicht mehr ganz so genau, aber schuldest du mir Ihnen noch etwas Geld? Meine Seele ist krank, Elaine. Und Liebe ist das einzige Hilfsmittel. Äh, Heilmittel. Jetzt könnte ich eine erstklassige Fußreflexzonen-Massage vertragen. Na schön, dann bleib halt so. Im Meer schwimmen noch viele Fische. Ich nehm mal das, das klingt am süßesten. Oh, es passt so. Meine Seele ist krank, Elaine. Und Liebe ist die einzige Kürze. Oh, wirklich? Ich hab das Gefühl, jemand braucht ja einen Degen-Kuss. Ein Leben ohne dich ist ein endloser Albtraum. Vielleicht sollten wir darüber reden. Leben ohne dich ist ein endloser Albtraum. Du wirst wärmer werden. Wie geht es deiner Schwester, die wirklich gut aussehende? Vielleicht sollten wir darüber reden. Ich würde aus diesem Fenster springen, um meine Liebe zu überweisen. Ich schaue aus diesem Fenster, um meine Liebe zu beweisen. Nun, das ist nicht die meisten stupide Sache, die du immer gesagt hast. Ich habe jetzt herausgefunden, was für ein Neuer ich war. Oh, Guybrush. Ich weiß, dass ich nichts mit dir tun hätte. Aber es gibt etwas über deine Schwierigkeiten und Inhaltigkeit, das finde ich infektions. Das bedeutet, dass du mich die Kappe haben möchtest? Die Kappe. Ist das, was das alles ist? Oh Mann, die ist gemein. Aber okay, dann gehen wir mal raus. Wir haben einen Fisch, damit können wir die Werte gewinnen. Kappenstück, bleib da. Hey! Kappenstück, bleib da. Ja, und die hängen jetzt an der Schlucht. Sehr gut. Und wir müssen da nochmal rein, wir müssen da noch was holen. Gehen jetzt erstmal nach oben. Hm, was können wir über das tun? Wir haben uns nur gefragt. Sie ist weg. Ich glaube, ich habe sie wirklich erschrocken. Aber sie hat hier einen Paddel, das nehmen wir mit. Well, vielleicht wird sie das alte Ding missen. Comfy. Ich würde gerne, aber ich hätte besser in Kostüm bleiben. Ich glaube, ich habe jetzt genug Frauen-Klautern. Ich möchte das nicht mehr mitnehmen. Dann holen wir uns jetzt draußen noch den Hundi, denn der Gärtner ist nicht mehr da. Wir wollen immer, wir wollen schon immer einen Hundi dabei haben. Ich weiß nicht mehr warum, aber wir können noch einen Hundi mitnehmen. Wir nehmen Galbrauch mit. Ha! Hau! Fark so laut wie du willst! Hilbert ist ausrachend die Backforte. Können wir nicht mehr nehmen? Ich würde gerne, aber diese Kostüm hat einfach nicht die Pockets für ihn. Ich werde das Ding einmal und für alle verbrechen. Wie haben wir den da reingekriegt? Ach, jetzt weiß ich wieder, was wir ihn brauchen. Alles klar. Verrate ich noch nicht. Werden wir sehen. Auf jeden Fall erspult... Er spult, ja. Er spürt ja alles, was Governor Marley gehört. Und ja, wir hauen jetzt erst mal ab. Und ich sehe, wir sind schon wieder bei 21 Minuten. Dann gucken wir doch gleich mal, ob wir Pause machen. Und wir müssen hier nach Dreads Schiff. Wobei, wir gehen erst mal zum... großen Baum. Ich nehme mal ein bisschen was von der Story weg. Normalerweise kommt man hier erst später hin. Beziehungsweise soll man hier erst später hin. Aber wir machen das gleich schon mal. Und wir gehen hier mal hoch. Halt, nein, 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 nein. Das machen wir noch nicht. Das machen wir noch nicht. Das machen wir in der nächsten Folge. Denn das kommt... Das dauert jetzt ein bisschen länger. Genau. Wir machen das in der nächsten Folge. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Lass mir doch bitte ein Like und einen Kommentar. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.